Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Akku-Vertikutierer. Das High-End-Produkt in unserem Akku-Vertikutierer-Test geht an den Gardena EVC 1000. Mit dem Gardena Elektro-Vertikutierer EVC 1000 entfernen Sie nachhaltig Moos, Rasenfels und Unkraut und Sie verbessern die Luft-, Wasser- und Nährstoffaufnahme des Rasens entscheidend. Scharfe, versetzt angeordnete Messer aus spezialgehärtetem, verzinktem Edelstahl dringen milimitativ in den Rasen ein und entfernen den unerwünschten Rasenfels und abgestorbene Gräser aus dem Boden. Vertikutieren ist die Intensivkur für den Rasen und wird im Frühjahr und oder Herbst einmal empfohlen. Die verschleißarmen Messer bestehen aus einem spezialgehärtetem und verzinktem Edelstahl. Dank Power Plus Motor läuft das Gerät fast schon wie alleine. Es muss nur noch geführt werden. Für ein angenehmes Schieben ist der Griffbügel mit einem komfortablen Bügelschalter ausgestattet. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Einhell GC-SC 36. Der Einhell Akku-Vertikutierer GC-SC 36 31i Solo räumt den Rasen auf und bringt ihn auf Vordermann. Empfohlen wird der Vertikutierer batterieabhängig für Rasenflächen bis 300 Quadratmeter. Ob vertikutieren, lüften oder muss entfernen, der flexiblen und vor allem kabellosen Pflege des heimischen Grüns steht nichts mehr im Wege. Durch die leistungsstarken Power-Exchange-System-Akkus kann der Vertikutierer ohne lästige Stromkabel in jedem Winkel des Gartens betrieben werden. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Mit 16 Vertikutiermessern arbeitet sich der GC-SC 36 und 30 Solo durchs Grün. Angetrieben wird er dabei von einem kraftvollen Reihenschlussmotor. Die Arbeitstiefe lässt sich in drei Stufen einstellen. Die Transportposition dient dem Schutz der Werkzeuge. Der Führungswurm ist höhenverstellbar und individuell anpassbar an den Anwender. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Akku-Vertikutierer-Test ist der Wolfgarten SV 300 Zweiter. Ein schöner Rasen will regelmäßig gepflegt werden. Ob per Hand, Elektro- oder Benzinantrieb mit einem Vertikutierer von Wolfgarten geht das mühelos. Damit sorgen sie für eine gute Belüftung, bekämpfen wirksam den Rasenfels und verhindern, dass sich Schadpilze und Moos ausbreitet. Leistungsstärke 1200 W Motor, zentrale Arbeitstiefenverstellung, 5-fach, Fangkorb, 3511 Gehäuse, Kunststoff, 2-in-1 Vertikutieren und Auffang in klappbarer Griff. Arbeitsbreite 30 cm Gewicht 11 kg, Ersatzmesser WBS 3001. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.